Okay, guten Morgen! Es ist 6 Uhr, Sonntag. Was ist der Tag? Ich glaube, am 27. oder 28. Mai. Ende Mai. Hier ist mein Freund Ian. Heute planen wir eine 330km-Round. Von Pone nach Nasik. Es heißt Saaj oder Sai-by-the-Lake. Dann zum Murbad. Dann zum Karjat. Dann zum Lohnavala. Und dann zurück. So, see ya! Guten Morgen! Ein zweites Mal! Oh, das sieht wirklich schön aus. Ich bin nicht sicher, ob es auf der wide-anglesen Lens der GoPro ist. Aber hier vorne sehen wir die Guards. Und Mr. Ian auf der Seite. Und es sieht so schön aus. Mit all diesen Mountainen auf dem Horizont. Das werden wir jetzt bald crossen. So, jetzt sind wir jetzt auf der Outskorts von Pone. Auf der Highway nach Nasik. Aber dann irgendwo, ich bin nicht sicher, vielleicht halbwegs oder so, nach Nasik. Wir gehen jetzt auf der Osten. Und dann gehen wir diese Guards. Das heißt, Saai-by-the-Lake. Oder Saaj-by-the-Lake. Ich bin nicht sicher, wie ich das so benutze. Aber erst, Riding. Oh, nein! So, jetzt kommen wir die Guards. Oh, ja, ja. Okay, okay. Forgot my indicator. Excellent road. New Tarmac. But every 500m is a speed breaker. A fun breaker. Oh, look at the road ahead. Aber jetzt, So, jetzt, auf. 物or dämmenal. Was ist eine algunos Konch εδώ. In Nommer. inHere bin ich am R-Outаже. In Lokal. F-Z-A1. Was will derAlexander? Und hier bin ich auf mein hier. Oh, ich will zählen. Ich bin naisten. Daher. Es ist das keine große deceurdzen. F-Z-A5GA. Rental. Ich bin seit ihr, Untertitelung des ZDF, 2020 Nice! That looks really beautiful! There is the lake and down there is somewhere this side by the lake. And there in the back where it is very cloudy, there is a famous trekking tour, sorry, trekking route. I went there a couple of months, no, last year with my daughter. There is an earlier clip about it. I think it is called, what was the name? I will check, I mentioned it in the subtitles. Yes, that is interesting, look at that, little market and then you have to see the road. Isn't that crazy? It looks like if you fall off the road, you have a nice flight. So any motorbike rider here, this is fantastic. What a landscape! Really super! Oh, here I need this horn. Look at the sky, that is pre-monsoon. My god, it is absolutely amazing guys. And the monkey sitting here on the right. Beautiful! Beautiful! To be continued... Untertitelung des ZDF, 2020 und die Daten des ZDF, 2020 Tja, total jam, really crazy and boiling hot Okay, let's use that gap Come on buddy So, now the north entrance to Pune And here the wonderful Indian flag So, at the end of every trip I'm visiting my best friend For the third time today Ah, you can top it up, please Thank you 113 rupees per little So, 303 kilometers left at 6 And now it is what time 11.30, 11.40 Yeah, 5.5, 6 hours, 300 kilometers And a fantastic tour It was a great day Ian, thank you very much Was a great ride Let's do it again